Hallo und herzlich willkommen. Für dieses Video solltest du bereits die Definitionen der absoluten und relativen Häufigkeit kennen. Du solltest wissen, wie man relative Anteile bestimmt und wie man die erste und zweite Pfadregel bei der Arbeit mit Baumdiagrammen anwendet. Unser Ziel für dieses Video wird sein, relative Anteile mit Hilfe der zweiten Pfadregel zu berechnen. Wir sind bei der fünften und letzten Teilaufgabe auf Seite 2 des Arbeitsblattes angelangt. Die Aufgabe lautet hier, herauszufinden, welcher relative Anteil der Sommerferientage regenfreie Tage waren. Auch hier haben wir wieder den Hinweis gegeben, dass wir die Aufgabe sowohl mit absoluten als auch mit relativen Häufigkeiten unter zweiten Pfadregel lösen können. Ich habe hier wieder die Beschriftungen ergänzt, die wir bei Teilaufgabe 3 bereits ermittelt haben und auch wieder hier die vier Felder Tafel der Teilaufgabe 2 eingeblendet, die du für die Bearbeitung brauchen wirst. Ich bitte dich wieder, das Video kurz zu basieren und zunächst zu versuchen, die Aufgabe selbstständig zu lösen. Den Vergleich machen wir danach gemeinsam. Ich hoffe, dass du deine Lösungen notiert. Auch hier geht es wieder um einen relativen Anteil, daher blende ich noch einmal die Formel für die relativen Häufigkeiten ein. Bei der ersten Lösungsvariante mit den absoluten Häufigkeiten bestimmen wir nämlich die relativen Häufigkeiten mit Hilfe der absoluten Häufigkeiten. Wir überlegen uns zuerst einmal, welche absoluten Häufigkeiten wir dafür brauchen. Hier sind ja die regenfreien Tage gesucht, das heißt wir suchen uns die Werte für die regenfreien Tage aus der vier Felder Tafel oder im Baumdiagramm in der zweiten Stufe. In der vier Felder Tafel geht das schneller, weil wir hier bereits die Summe eingetragen haben. Wir haben in Summe 40 regenfreien Tage in den Sommerferien insgesamt. Das bringt uns auch schon zur Zahl, die in den Nenner kommt, nämlich n gleich 62, also wieder unsere 62 Sommerferientage. Wenn wir das einsetzen, kommen wir auf den Bruch 40 62. Diesen können wir weiter kürzen, indem wir beide Werte jeweils halbieren. Das ergibt 20 31 als vollständig gekürzten Bruch, das Dezimalzahl wären das ungefähr 0,645 und das Prozentsatz 64,5%. Jetzt schauen wir uns die zweite Möglichkeit an, nämlich mit relativen Häufigkeiten und einer zweiten Fahrtregel. Diese habe ich hier nochmal eingeblendet. Es wird auch Additionssatz genannt und sagt uns, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses gleich der Summe der Wahrscheinlichkeiten, der für dieses Ereignis günstigen Pfade ist. Was heißt das jetzt für uns? Wir schauen im Baumdiagramm nach, welche Pfade für uns relevant sind. Diese sind bei dem Beispiel auch bereits rot hervorgehoben. Einmal die regenfreien Tage im Juli und einmal die regenfreien Tage im August. Diese zwei Pfade brauchen wir. Das heißt für uns, die relative Häufigkeit, die wir suchen, ist die Summe der relativen Häufigkeiten für diese beiden Pfade. Wir wissen bereits, dass wir mit der ersten Pfadregel die relative Häufigkeit für einen Pfad berechnen können, indem wir die relativen Häufigkeiten entlang des Pfades miteinander multiplizieren. Wir fangen jetzt einmal mit dem linken Pfad, also dem für die regenfreien Tage im Juli an. Hier gehen wir die erste Stufe entlang, 31,62 und multiplizieren das in der zweiten Stufe mit den 15,31. Das ist einmal der erste Pfad. Dasselbe machen wir jetzt für den zweiten Pfad, für den August. Wir addieren den zweiten Pfad dazu und fangen auch hier wieder an. 31,62 in der ersten Stufe multipliziert mit 25,31 in der zweiten Stufe. Jetzt haben wir beide Pfade jeweils mit der ersten Pfadregel mit dem Multiplikationssatz und diese werden addiert mit der zweiten Pfadregel, mit dem Additionssatz. Auch hier sehen wir wieder sehr schön, dass sich jeweils 31 im Zähler und im Nenner herauskürzt und dann bleibt uns 15,62 plus 25,62 und das ergibt in Summe 40,62. Also wir kommen auch hier auf dasselbe Ergebnis wie bei der Variante mit den absoluten Häufigkeiten. Damit sind wir fertig und wir haben auch das letzte Beispiel aus dem Arbeitsplatz gelöst. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.